Aber Sie wissen, es heißt ja, Regen bringt Segen und darauf wollen wir doch mal hoffen, auch darauf, dass es gleich ganz aufhört zu regnen. Ich sehe, dass sich unsere Musiker aus Nordstemmen bereits aufgestellt haben. Wir wollen jetzt zur Nationalhymne kommen. Ich bitte Sie also, sich aufzustellen und bei der Nationalhymne mitzusingen. Im Anschluss werden wir dann in die Aufstellung gehen. Ich hoffe, dass es gleich mit dem Regen vorbei sein wird. So, wir beginnen mit der Nationalhymne. Nationalhymne 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 Amen. Applaus Applaus